Welche Systeme funktionieren eigentlich für Online-Trainer im Moment nicht so gut? Wo gibt es Ausfälle oder Probleme? Guten Morgen, 7 Uhr hier. Es ist noch relativ früh, aber ich dachte, ich mache jetzt mal gleich dieses Video zu drei Systemen, vor denen ich ein Stück weit warnen will oder wo man auf jeden Fall einrechnen muss, dass es mal ein bisschen problematisch werden kann. System Nummer 1 wäre Teams tatsächlich. Ich bin ja mehr ein Teams-Fan geworden und bin nicht nur gezwungenermaßen, weil immer mehr Konzerne Teams einsetzen, aber eben auch, weil es jetzt die automatisierten Breakout-Rooms gibt in Teams. Allerdings muss ich ein Stück weit warnen. Also es ist tatsächlich so, ich hatte das jetzt in einem Coaching, aber es war auch in einigen Sessions jetzt, die wir mit unseren Ausbildungsgruppen hatten und bei einigen Trainings mit Unternehmen, man ja, dass einfach, wenn man eine Breakout startet, diese automatisierten Breakouts, dass es eben doch oft so ist, wirklich nicht nur ganz selten, sondern regelmäßig, dass einzelne Teilnehmer nicht in die Breakouts rein können, oft dann auch rausfliegen. Ich sage mal so in 50 Prozent der Fälle, wenn sie nicht reinkommen, vielleicht sogar aus dem Meeting rausfliegen. Ich habe das subjektive Gefühl und alles, was ich hier sage, ist meine rein subjektive Einschätzung. Ich habe überhaupt keine Lust auf Abmahnung. Es ist einfach nur unsere Erfahrung der letzten Tage und Wochen, dass Teams möglicherweise irgendwie dezentral strukturiert ist von der Softwarearchitektur her. Man merkt es sehr stark daran, wenn ich diese Teams-Räume starte, kriege ich erst mal dieses drehende Symbol. Und dann habe ich das Gefühl, dass irgendwie, das ist einfach so mein Eindruck, dass die einzelnen Teams-Clients den Teams-Client abfragen, der das Meeting als Organisator leitet. Das ist nur mein Eindruck. Auf jeden Fall haben wir das Problem, dass man also nicht immer in die Breakouts kommt. Ich habe auch schon das Argument gehört, das wäre ein Unternehmen, wo jeder on board ist, also wo jeder praktisch Teil der Organisation ist, besser und gar kein Problem. Ich glaube aber, es hat eher mit dem Effekt zu tun, dass in Unternehmen, wo einfach alle schon lange Teams benutzen und mal einer rausfliegt oder sowas in der Art, dass es dann zur Selbstverständlichkeit wird, sich schnell wieder einzuwählen. Ich möchte nur daran erinnern, alle Trainer, dass wenn wir neuen Trainern Teams zeigen oder wenn wir einfach mit einem Unternehmen Teams vorführen, was es noch nicht eingeführt hat und bald einführen will, dann ist die Verunsicherung natürlich riesig groß und dann wird der Teilnehmer nicht gleich drauf kommen, mal lockerflockig kurz wieder auf den Einwahl-Button zu klicken, um dann mal lockerflockig oben den Button zu finden, Aha, Raum betreten und er weiß dann sofort, was er zu tun hat. Also das ist wirklich, ich bin der Meinung noch im Moment, wer die Wahl hat, nutzt vielleicht ein anderes System wie BigBlueButton, DSGVO-konform oder Zoom oder, oder was auch immer irgendwie erlaubt ist. Das ist gerade nicht ideal mit Teams und ich muss echt, also so ein großer Konzern wie Microsoft, das ist schon schwach, ja, also das ist nicht toll und wir zahlen ja alle für diese Lizenzen, nicht ideal. Okay, mein zweiter subjektiver Eindruck ist zu Conceptboard. Auch hier hatte ich gerade gestern, dritter, zweiter, 2021, ja, Eintrag fürs Logbuch, einen Totalausfall. Tatsächlich hat Conceptboard auch Outage angezeigt, also es hat einfach auf der Webseite dann nach mehrfachem Versuch irgendwie da überhaupt nur die Seite aufzurufen, System Outage angezeigt und danach, seitdem komme ich sogar nicht mehr rein in Conceptboard. Also es ist jetzt ein Supportfall, die konnten sich auch noch nicht melden, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht viele User betrifft, aber Conceptboard im Moment für mich nicht zugreifbar, musste dann auf Klaxon ausweichen. Das ist jetzt natürlich für das Unternehmen extrem unangenehm zu hören. Das ist jetzt nur mein subjektiver Eindruck. Ich möchte nicht dafür irgendwie jetzt angefeindet werden. Das ist meine persönliche Erfahrung, gestern dritter, zweiter gewesen, um etwa, ich glaube, 16 Uhr, irgendwas, 16.30 Uhr. Für 40 Minuten hatte ich dieses Outage und danach kam ich dann mit meinem typischen Login nicht mehr rein. Der in meinem Browser übrigens abgespeichert ist, also allzu viele Fehler, kann ich beim Eingeben des Passworts nicht gemacht haben. Ich logge mich fast täglich ein. Ich habe das unangenehme Gefühl, dass deutsche Hersteller, die DSGVO-konform, sich teilweise ganz zu Recht auf die Fahnen schreiben können, weil sie halt einfach nur in Deutschland hosten oder in Europa, dass sie irgendwie darauf ausruhen. Also zum Beispiel eine Etudip, wo man, ich weiß den heutigen Status nicht, aber wo man monatelang schon gewartet hat auf Breakout-Rooms, ob es dies heute gibt, ich weiß es gerade nicht und das eigentlich ein System für die Weiterbildung ist und ich mag eigentlich Etudip, auch wenn es da auch immer mal Ruckler und Hänger gibt von der Performance. Meine rein persönliche Einstellung, okay, ich freue mich schon auf die erbosten E-Mails. Am besten vielleicht hier unten kommentieren, dann muss ich nicht tausend Mails beantworten. Und vielleicht sollten wir, wenn es Kritik gibt, eher gucken, dass wir was verbessern, statt Menschen anzufallen. Das betrifft vielleicht nicht nur unsere Wissenschaftler in Zeiten von Corona, sondern vielleicht auch Systeme im Bereich IT in Deutschland. Okay, dann bis zum nächsten Mal.